Also für Platz 1 gibt es 25, für Platz 2 gibt es 20, für Platz 3 18 Punkte und für Platz 4 16 Punkte. Und jetzt empfangen wir Sie mal mit einem Riesenapplaus und einem Riesenwerb in der Halle. Und jetzt sind wir im Riesenapplaus, der Weltmeister von 2011 kommen hierher, um die Standplätze auszuwählen. Und jetzt sind wir im Schiff, der Ecke, wir haben nach vorne Nikolai Grasnikov, irgendwann als erster Wettbewerb. Und nimmt die HLKB Rot, Nikolai Grasnikov, der Weltmeister, 2011, HLKB Rot. Die Nummer 4, Daniel Niederlof. Er übermittelt N-Farbe, Blau Niederlof, N-Farbe Weiß. Und dann bleibt für Gintri Komsilic die N-Farbe Legen. Somit also die Wahl der Standplätze. Und jetzt passieren Sie unter dem Applaus, lieber Wenz, wieder Champions-Fahrer. Und jetzt ist es ein Riesenapplaus, lieber Wenz, lieber Wenz, lieber Wenz, lieber Wenz, lieber Wenz.